Hallo und willkommen, guten Morgen zu diesem neuen Video auf der Suche nach Kaulquappen. Da quark doch was. Ja, da quarkt was. Okay, Kaulquappen suche ich heute. Was ist denn das? Was ist das denn? Da ist doch was. Ja, da ist doch schon eine. Eine. So, eine kleine. Ja, ich suche riesige Mengen. Da müssen irgendwo riesige Mengen sein. Von Kaulquappen. Hier sehe ich schon eine zweite. Ja. Oh, guckt mal. Hier wächst eine kleine Rubinie im Sand. Mit drei Stämmen und Mücken gibt es hier. Eine kleine Rubinie. Und hier eine kleine Kiefer. Eine kleine Kiefer. Und kleine Birken. Ja, Frösche höre ich hier genug. Oder Kröten oder was auch immer. Ja. Ja, auch in diesem Gewässer sehe ich noch keine Kaulquappen. Ja, ab und zu sehe ich mal eine. Ein paar Einzelne sind hier schon irgendwo. Ja. Aber ich dachte, ich finde mehr. Ja, okay, hier ist noch ein Gewässer. Ja. Schöne Wasserpflanzen. Ach, das ist ja ein Ding. Ist das hier wie Weiden und so. Wie kommen die hier her? Na gut. Schöne Wasserpflanzen. Das ist schön. Eine blühende Rubinie. Hier noch eine. Hier noch eine. Sehr schön. Hier ist scheinbar noch eins. Und da habe ich auch gerade Frösche gehört. noch so ein Tümpel. Echt verrückt. Boah, wie sich das verändert hat, ey. Hier konnte ich früher drinnen schwimmen. Ja, sowas. Hier ist es ein bisschen. Äh, hier sinkt man ein, würde ich sagen. Okay. Was ist hier? Ja, nicht wirklich Kaulquappen. Obwohl hier welche sind, ne? Da sind dann deutlich welche. Auch schon größere. Das hier könnten wieder Knoblauchkröten sein. Und hier ist noch ein Gewässer. Ja. Hm. Ja, ich bin heute wahrscheinlich zur falschen Tageszeit hier. Ach, egal. Ach. Und das ist aber noch mal zum Abschluss eine riesige Kaulquappe. Lebt die überhaupt? Ja, tatsächlich. Da war eine. Na gut. Dann werde ich beim nächsten Mal wieder schauen, ob es wieder welche gibt. Okay, dann tschüss. Ja. Ach ja, hier noch mal ein schnelles Update. Ne. Ich wollte sagen, ach ja, hier noch mal ein schnelles Ach. Noch mal ein schneller Blick auf kleine Bäumchen. Hier ist sogar die Hälfte abgestorben. Jetzt weg zweiter. Das sind natürlich Eicheln. Und hier noch mal der Unterschied. Birke. Und das ist wahrscheinlich Pappel. Das sind andere Blätter. Pappel. Birke. Schilf. Mücke. Aua. Aua.